Hallo und herzlich Willkommen zu einer Spezialausgabe von Handelsblatt Today. Mein Name ist Arnis Mitschijewitsch und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass diese Folge eine besondere sein wird. Denn heute präsentieren wir Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus der vielleicht aufwendigsten Investigativrecherche in der Geschichte des Handelsblatts. Es geht um rund 100 Gigabyte an Daten, die unseren Reportern von Informanten zugespielt worden sind. Diese Daten sollen aus dem Innersten des größten Elektroautobauers der Welt stammen. Deswegen nennen wir sie die Tesla-Files. Insider haben dem Handelsblatt rund 100 Gigabyte an Daten zugespielt, die direkt aus Teslas IT-System stammen sollen. Tesla spricht von Datendiebstahl. Die Tesla-Files umfassen insgesamt mehr als 23.000 Dateien. Darunter finden sich unter anderem Excel-Listen, die offenbar Gehaltsangaben und Privatanschriften von mehr als 100.000 aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden enthalten. Doch das ist noch lange nicht alles. Denn viele der als vertraulich gekennzeichneten Dokumente enthalten auch mutmaßliche Beschwerden über Teslas Fahrassistenzsysteme. Diese gibt es in verschiedenen Varianten. Tesla nennt sie Autopilot, erweiterte Autopilot und Full Self-Driving Capability. Letzteres heißt übersetzt, die Fähigkeit völlig autonom zu fahren. Auf diesen Aspekt der Tesla-Files wollen wir uns in dieser Podcast-Folge fokussieren. In tausenden mutmaßlichen Beschwerden schildern Kundinnen und Kunden, wie ihre Autos plötzlich bremsten oder abrupt beschleunigten. Manche kamen mit dem Schrecken davon, andere landeten nach eigenen Angaben im Graben, fuhren gegen Wände oder prallten auf entgegenkommende Fahrzeuge. Das Handelsblatt dokumentiert in der folgenden Sequenz einige der mutmaßlichen Beschwerden aus den Tesla-Files. Die mutmaßlichen Aussagen der Betroffenen wurden zu diesem Zweck von uns eingesprochen. Mein Autopilot hat mich auf einer Strecke, die ich immer wieder fahre, fast umgebracht. Ich hatte den Autopiloten aktiviert und bin gegen einen Telefonmast gefahren. Keine Kollisionswarnung. Als meine Frau heute mit unserem Baby unterwegs war, hat das Auto wie aus dem Nichts automatisch beschleunigt. Die meisten Vorfälle sollen sich in den USA abgespielt haben. Aber es finden sich auch mutmaßliche Beschwerden aus Europa und Asien in den Dokumenten. Darunter viele von deutschen Tesla-Fahrerinnen und Fahrern. Die ältesten mutmaßlichen Beschwerden, die dem Handelsblatt vorliegen, stammen aus dem Jahr 2015. Die jüngsten datieren von Ende März 2022. In diesem Zeitraum lieferte Tesla rund 2,7 Millionen Fahrzeuge mit der Autopilot-Software aus. Unsere Reporter nahmen Kontakt zu zahlreichen Kundinnen und Kunden aus mehreren Ländern auf. Alle bestätigten die Informationen aus den Tesla-Files. In Gesprächen gaben sie Einblick in ihre Erfahrungen mit dem Autopiloten. Manche legten ihre Kommunikation mit dem US-Autobauer offen. Andere stellten Videos zur Verfügung, die ihr Tesla während des Unfalls aufnahm. Das Thema hat für den Elektroautobauer besondere Bedeutung. Tesla-Chef Elon Musk sagt im Juni vergangenen Jahres, dass die Herausforderung, ein selbstfahrendes Fahrzeug zu bauen, für sein Unternehmen eine existenzielle Frage sei. Die Lösung des Problems des Full-Self-Driving, also des vollständig autonomen Fahrens, entscheide darüber, ob Tesla viel Geld wert ist oder praktisch null. Zudem ist die Funktionalität des Autopiloten bereits Gegenstand von zahlreichen Klagen. In mindestens zwei Fällen geht es um die juristische Aufarbeitung von tödlichen Unfällen in den USA. Hier haben die hinterbliebenen Klage gegen Tesla eingereicht. Bei Unfällen mit aktiviertem Autopiloten stellt sich immer häufiger die Schuldfrage. Hat der Mensch am Steuer einen Fehler gemacht oder hat ihn sein Tesla im Stich gelassen? Die Tesla-Files deuten darauf hin, dass die Probleme mit den Fahrassistenzsystemen größer sein könnten als bislang angenommen. Darüber möchte ich jetzt mit denen sprechen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten im Rahmen der Recherche zu den Tesla-Files die Nächte um die Ohren geschlagen haben. Ich begrüße unseren US-Korrespondenten Felix Holtermann und unseren Investigativ-Reporter Lars Marten-Nagel. Schön, dass ihr da seid. Hallo Arnes. Hallo Arnes, grüß dich. Fangen wir mal ganz von vorne an. Euch wurden insgesamt rund 100 Gigabyte an Daten zugespielt, die sensible Informationen über den Elektroauto-Pionier Tesla enthalten sollen. Lars, die erste Frage geht an dich. Wie kam es eigentlich dazu? Ja, das hat so angefangen, wie im Investigativ-Team oft die Recherchen beginnen. Es hat einen Hinweisgeber gegeben, der Ende vergangenen Jahres schon mit dem Hinweis zu uns gekommen ist und gesagt hat, hier, schaut mal bei Tesla, da können selbst Mitarbeiter, die in der Hierarchie sehr niedrig angesiedelt sind, auf hochsensible Daten zugreifen, obwohl sie das gar nicht für ihren Arbeitsalltag brauchen. Ja, und ich muss an der Stelle auch darauf hinweisen, dass wir in dieser Today-Folge die Entstehungsgeschichte jetzt nur kurz streifen konnten, um den Rahmen nicht zu sprengen. Es gibt aber noch eine Sonderfolge zu den Tesla-Files, in der wir hinter die Kulissen dieser überaus aufwendigen Recherche blicken. Alle, die uns jetzt zuhören, können einfach bis zum Ende dranbleiben. Die Extra-Folge startet im Anschluss automatisch. Und jetzt wieder zurück zum Thema. Lars, ihr habt im November 2022 damit angefangen, dieses umfangreiche Datenmaterial zu sichten und zu prüfen. Was sind denn die wichtigsten Rechercheergebnisse? Oder anders gefragt, welche Geschichten stecken in den Tesla-Files? Naja, also es ist so, dass viele der Themen, mit denen Tesla tagtäglich in der Öffentlichkeit steht, sich auch in der einen oder anderen Weise in den Daten wiederfinden. Das kann bei der Menge der Daten ja auch eigentlich gar nicht anders sein. Also mal ein Beispiel zu geben, in diesen Tesla-Files sind hunderte Excel-Tabellen enthalten, die technische Probleme und Kundenbeschwerten statistisch erfassen und auswerten. Und die Bandbreite ist so, da geht es mal um ausfallende Heizungen im Auto oder um Probleme mit dem Monitor, aber eben auch um Auswertungen zu Problemen mit den Fahrassistenz- und Autopilotsystemen. Also genau dem Bereich, wie wir eben gehört haben, der laut Elon Musk über den Wert von Tesla eigentlich entscheiden soll. Und von dem Hintergrund ist es für uns sehr überraschend gewesen, dass doch viele dieser Auswertungen darauf hindeuten oder eigentlich Zweifel daran wecken, dass Tesla dem selbstfahrenden Auto so nahe ist, wie das Unternehmen und wie Elon Musk das in der Vergangenheit immer wieder haben Glauben machen. Darüber hinaus gibt es aber nicht nur sozusagen technische Informationen, sondern auch sehr viele Angaben über Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter. Auch das oft in tabellarischer Form und mit Daten, die wir zumindest hier in Deutschland als hochvertraulich einstufen würden. Also es gibt Tabellen, da sind Kündigungsgründe enthalten oder genaue Gehaltssummen. Es gibt Tabellen, da sind Identifikationsnummern, also Passnummern oder die Sozialversicherungsnummern der Amerikaner enthalten. Vielleicht eine Randnotiz, aber wir sind tatsächlich auch über die angebliche Sozialversicherungsnummer von Elon Musk in den Daten gestolpert. Und das ist also sozusagen das Technische, das sind die Mitarbeiter. Dann gibt es Informationen zu Kunden, also zu Tesla-Fahrern. Da gibt es Details zu deren Adressen, Kontaktdaten, Auslieferungsdetails, wann die Fahrzeuge zugestellt wurden, etc. Ebenfalls betroffen sind zum Teil Partnerfirmen. Und der letzte ganz große Block, den wird ich zusammenfassen, unter technischen Spezifika. Also das geht bis hin zu Bauplänen von einer Lackierungsstraße hier im Berliner Werk. Messwerte, Batteriebaupläne für Tesla auch sehr wichtig. Achseaufhängung ist ein Thema in manchen Präsentationen und es gibt auch Dokumente zu dem lange angekündigten Cybertruck. Ja, man kann sagen, Stoff für sehr viele Geschichten. Aber wie schon eingangs erwähnt, wollen wir uns im Rahmen dieser Folge auf das Thema Autopilot konzentrieren. Felix, warum ist dieses Projekt für Tesla-Chef Elon Musk so wichtig? Ja, Elon Musk hat ja mit Tesla was ziemlich Erfolgreiches geschaffen, nämlich Elektroautos populär zu machen. Jetzt machen aber fast alle anderen Autohersteller auch Elektroautos und Musk, der braucht eine neue Vision, die die Anleger überzeugt. Und laut ihm sind das eben die Autopilotsysteme von Tesla. Die sollen eines Tages zum Beispiel Robo-Taxi-Flotten möglich machen. Also Tesla-Fahrzeuge, die dann selbst Geld verdienen, indem sie vollautomatisch Fahrgäste transportieren. Und aus Sicht von prominenten Investoren rechtfertigt das auch den hohen Börsenkurs von Tesla. Tesla ist ja heute rund 600 Milliarden Dollar schwer. Das ist mehr als fünfmal so viel wie die Traditionshersteller Ford und GM zusammen. Zum Beispiel die prominente US-Investorin Kathy Wood, die erwartet, dass sich der Aktienkurs bis 2027 nochmal verzehnfacht. Vor allem eben wegen Musks Robo-Taxi-Vision. Jetzt muss man wissen, Tesla setzt auf einen ganz speziellen Ansatz zum autonomen Fahren. Tesla setzt nur auf Kameras bei seinen Systemen. Deren Bilder, die werden durch KI, durch künstliche Intelligenz ausgewertet und interpretiert. Und der Einbau von zusätzlichen Systemen, die mehr Sicherheit bringen könnten, zum Beispiel Radar- oder Lasersensoren, die lehnt Musk ab, nennt sie eine Krücke. Jetzt unterscheidet sich damit Teslas Weg aber von praktisch allen anderen Wettbewerbern. Zum Beispiel den großen deutschen, US-amerikanischen und anderen Autoherstellern, aber auch zum Beispiel von Robo-Taxi-Unternehmen wie der Google-Tochter Waymo. Und praktisch jeder Experte in den USA für Autopilotsysteme, mit denen ich in den letzten anderthalb Jahren gesprochen habe, sieht den Ansatz kritisch. Das muss man wissen. Der Autopilot von Tesla, der entspricht am ehesten einem Level-2-System, so heißt das in der offiziellen Einsortierung, also einem System, das den Fahrer eigentlich nur unterstützt. Das heißt, der Fahrer muss sowohl in den USA als auch in Europa die Hände ständig am Steuer haben und die Augen auf der Straße, wenn er das System nutzt. Die Straßenlage, die muss er also permanent überwachen. Das gilt zum einen rechtlich, das schreibt aber auch Tesla selber seinen Kunden vor, so steht es nämlich im Tesla-Handbuch. Das hindert jetzt aber Elon Musk und Tesla nicht daran, die teuerste Version seines Autopiloten als Full-Self-Driving, du hast es gerade gesagt, zu vermarkten, also als vollständige Selbstfahrfähigkeit und unter anderem Aufsehern in den USA und in Europa ist das ein fettes Dorn im Auge. Genau, man muss vielleicht an der Stelle nochmal erwähnen, also man unterscheidet ja zwischen fünf Autonomiestufen, wenn es um das autonome Fahren geht und du hattest ja eben gerade gesagt, das System von Tesla lässt sich am ehesten unter Level-2 einsortieren. Genau und entspricht damit den Systemen fast aller anderen Konkurrenten. Fast kein Konkurrent ist bisher über Level-2 hinausgekommen und Privatautos mit Level-4, die also sozusagen ohne menschlichen Fahrer fahren, die gibt es noch gar nicht. Ja, ihr habt in den Tesla-Files auch tausende mutmaßliche Beschwerden von Kundinnen und Kunden gefunden, von denen einige offenbar über mutmaßlich gefährliche Manöver der Autopilot-Software berichtet haben. Ein paar Beispiele dazu haben wir ja vorhin schon gehört, aber nochmal die Frage an dich, Lars. Welche Arten von Beschwerden kamen in diesem Zusammenhang am häufigsten vor? Naja, es sind zwei Arten von Beschwerden, die uns sehr nachdenklich machen, weil sie halt sehr gefährlich enden können. Das sind halt diese Momente, in denen ein Tesla für den Fahrer unerwünscht beschleunigt oder eben abbremst. Beides sind Szenarien, die im schlimmsten Fall halt lebensgefährlich ausgehen können. Und wir waren deshalb schon überrascht, als wir in den Tesla-Files auf 2400 Beschwerden über diese Selbstbeschleunigung gestoßen sind und auf mehr als 1500 Probleme mit Bremsfunktionen. Bei den Bremsfunktionen kann man das auch nochmal unterteilen. Da gab es rund 140 Fälle von ungewollten Notbremsungen und fast 400 Fälle sogenannter Phantombremsungen. Also wenn offenbar das Auto vermutet, da ist ein Hindernis und ich muss jetzt runter in die Eisen gehen. Das sind so ein paar Zahlen. Es gab auch eine Liste zu Crashs, die mehr als 1000 Einträge hatte. Es gab eine Liste, in der Kunden Sicherheitsbedenken zu den Fahrassistenzsystemen äußerten mit mehr als 3000 Einträgen. Das klingt jetzt alles sehr viel. Der Fairness halber sollte man aber bedenken, dass diese Tabellen tatsächlich von 2015 bis 2022 die Fälle erfassen und dass Tesla in dieser Zeit halt 2,7 Millionen Fahrzeuge auch mit Autopilotsoftware ausgeliefert hat. Ja, das sind jetzt alles sehr viele Zahlen, aber hinter all diesen Zahlen stecken natürlich auch Menschen, mit denen ihr gesprochen habt. Was kam denn dabei heraus? Ja genau, also das Interessante ist, dass wir tatsächlich zu den einzelnen Kundenbeschwerten auch immer wieder die Fahrer, denen das passiert ist, ausfindig haben machen können. Und wir konnten mit denen sprechen. Eine Ärztin aus Kalifornien etwa, die anonym bleiben möchte, hat dann aber berichtet, wie sie 2021 auf einem Parkplatz habe wenden wollen und in ihren Worten der Tesla plötzlich wie einen Rennwagen beschleunigt habe. Und dann ist sie in einen Zementpoller gefahren. Und so wie sie sich erinnert hat, hat er das Auto aber nicht aufgehalten, sondern sie ist dann gleich noch in den nächsten Polar gefahren. Und dort blieb sie dann mit ausgelöstem Airbag stehen. Anderer Fall, ein Schweizer, Thomas Kahl, der hat sich zwischen Januar und Oktober 2021 über ein Dutzend Fehlbremsungen seines Teslas bei Tesla beschwert. Der ist für uns ein sehr interessanter Gesprächspartner, auch weil er uns halt Einblick gegeben hat in seine E-Mails mit dem Unternehmen. Und also ich lese mal vor, also er schrieb dann also, dass im Juli 2021 auf der A3 zwischen Flums und Sargans in der Schweiz, Zitat, nach der Überholung eines Fahrzeuges eine Vollbremsung vorgenommen, dass einem Angst und Bange wird. Und dieser E-Mail-Verkehr mit Tesla, der zeigt dann auch, wie Tesla immer wieder beschwichtigt. Und wie man ihm sagt, neuere Updates der Software, die sich aus Fahrsimulationen speisen, die würden das System stetig verbessern. Und dann fällt sogar ein Satz, den man durchaus hinterfragen kann. Es sei nicht auszuschließen, dass der Autopilot schwierige Situationen in Zukunft, Zitat, besser meistert, schreibt ein Mitarbeiter. Und dann fügt er noch hinzu, wenn nicht sogar fehlerfrei. Also das scheint sozusagen darauf hinzudeuten, dass man die Probleme durchaus kennt. Und das geht dann tatsächlich eine ganze Weile hin und her mit diesem Schweizer. Und die Geschichte für den Schweizer endet damit, dass der seinen Tesla verkauft und auf einen Konkurrenzanbieter umsteigt. Ja, wir hatten ja das Thema vorhin kurz angeschnitten. Aber ich glaube, wir müssen an der Stelle auch nochmal in die technischen Details rein. Es ist ja nämlich so, dass Tesla seine Autopilot-Software in drei Varianten anbietet. Auf Englisch heißt das dann Autopilot, Enhanced Autopilot, also ein erweiterter Autopilot und Full Self-Driving Capability. Letzteres heißt übersetzt, die Fähigkeit völlig autonom zu fahren. Gleichzeitig muss man sagen, weist Tesla aber selbst darauf hin, dass diese Funktionen für die Nutzung mit einem vollkommen aufmerksamen Fahrer gedacht sind, der seine Hände am Lenkrad hat und jederzeit bereit ist, die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen. Und weiter heißt es von Tesla, dass die derzeit aktivierten Funktionen das Fahrzeug noch nicht autonom machen, auch wenn sie mit der Zeit immer leistungsfähiger werden sollen. Felix, wie passt das zusammen? Ja, aus Sicht vieler Experten zumindest in den USA gar nicht. Tesla bietet seit 2022, du hast es gesagt, drei verschiedene Varianten seiner Autopilot-Systeme an. Da hätten wir eben den Basis-Autopilot, der ist bei allen Fahrzeugen dabei, die jetzt verkauft werden. Der hat zum Beispiel Cruise Control an Bord und eine Lenkhilfe. Dann haben wir den Enhanced Autopilot, der kostet 6.000 Dollar. Der macht zum Beispiel automatische Spurwechsel und ist auch bei der Navigation aktiv. Und dann haben wir eben das berühmte Full Self-Driving FS-D. Das kostet 15.000 Dollar und das kann zum Beispiel Ampeln und Stoppschilder erkennen. Tesla nennt das selbst Beta-Version. Jetzt vor allem entzündet sich an der letzteren Variante viel Kritik. Tesla verlangt ja viel Geld, eben 15.000 Dollar für das System. Und das System, das macht das Fahrzeug eben nicht, wir haben gerade drüber gesprochen, vollständig selbstfahrend, sondern der Fahrer, die Fahrerin muss die Straßenlage ständig überwachen. Die Behörden, die sehen das jetzt eben kritisch, das Marketing auf der einen Seite und zum anderen die wirklichen Fähigkeiten des Systems auf der anderen Seite. Wir haben da zum Beispiel die US-Straßenverkehrsaufsicht, NHTSA, Nizza genannt in den USA. Die hat die Funktion untersucht und die hat am 18. August 2022 einen Fragenkatalog an Tesla geschickt. Der liegt im Handelsblatt vor und in dem geht es unter anderem eben um die Frage, wie die Aufmerksamkeit des Fahrers überwacht wird. Also wie Tesla überwacht, dass der Fahrer zum Beispiel eben die Augen von der Straße nimmt, obwohl er das ja eigentlich nicht soll und nicht darf. Jetzt muss man wissen, die US-Behörden, die haben Tesla lange, so sagen zumindest viele Beobachter, weitgehend freie Hand gelassen beim Test seiner Software auf amerikanischen Straßen. Aber das hat sich geändert. Es gab eine Reihe von zum Teil tödlichen Unfällen und jetzt haben die Aufseher die Gangart verschärft. Im Juni letzten Jahres, da gab es Zahlen der US-Aufsicht. Demnach waren die Tesla-Fahrzeuge für fast 70 Prozent der in den USA gemeldeten Unfälle mit sogenannten fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen seit Juni 2021 verantwortlich. Die Regulierer, die weisen zwar darauf hin, dass die Daten unvollständig sind, aber die Zahlen sprechen doch eine deutliche Sprache. Konkret zum Beispiel starben laut den Daten bei fast 400 Unfällen eben im Zusammenhang mit diesen fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen in den USA sechs Menschen in dem Zeitraum und fünf, die wurden schwer verletzt. Und Teslas Anteil, der ist hoch. Tesla-Autopilotsysteme, die waren demnach zwischen Juli 2021 und Mai 2022 bei 273 Unfällen aktiv. Ja, und von denen verliefen fünf tödlich. Die New York Times, die große Zeitung in den USA, die hat eigene Zahlen veröffentlicht. Demnach untersucht die Nizza die Behörde 41 Unfälle seit 2016, an denen Teslas Systeme beteiligt gewesen sein sollen und bei denen insgesamt 19 Menschen gestorben sein sollen. Im August 2021 hat die Behörde auch Teslas Systeme in 765.000 Autos untersucht, beziehungsweise untersucht sie seitdem. Jetzt hat Tesla in der Vergangenheit immer behauptet, dass das Fahren mit aktiviertem Autopiloten sicherer sei, als ohne. Es gäbe weniger Unfälle. Und manche Forscher, die kritisieren jetzt die Methodik von Tesla und die Behörden, die schauen eben auch kritisch hin. Zum Beispiel musste im Februar dieses Jahres Tesla bei mehr als 362.000 Autos mit eben dieser fortgeschrittenen Software Full Self Driving in den USA ein sogenanntes drahtloses Update installieren. Warum? Naja, die Aufseher, die sehen eine Zitat erhöhte Unfallgefahr. Zitat Ende. Wir wissen inzwischen auch. Teslas Vorgehen, das interessiert die US-Staatsanwaltschaft. Staatsanwälte, die untersuchen derzeit, ob der Autobauer zum Beispiel irreführende Behauptungen über die Fähigkeit seiner Systeme aufgestellt hat. Laut US-Medien prüft das US-Justizministerium dabei Aussagen von Tesla und auch von seinen Führungskräften. Und Tesla hat diese Untersuchung selbst im Januar bestätigt. Ende Januar wurde außerdem bekannt, dass die Börsenaufsicht in den USA, die heißt jetzt SEC wiederum, die Autopilot-Behauptungen von Musk, also dem Konzernchef selber, kritisch unter die Lupe nimmt. Also die Liste an laufenden Untersuchungen gegen Tesla und gegen Elon Musk, die ist lang. Ja, du hast ja gerade schon die Unfälle angesprochen, von denen manche tödlich verlaufen sind. In den USA könnten demnächst dazu die ersten Prozesse starten. Besonders im Fokus steht unter anderem ein tödlicher Unfall, an dem das Fahrassistenzsystem von Tesla schuld gewesen sein könnte. Felix, du hast dich mit dem Fall beschäftigt. Worum geht es da konkret? Ja, konkret geht es um die Schuldfrage. Die stellt sich nämlich bei immer mehr Unfällen. Die Frage, die ist noch nicht beantwortet, aber die ist klar, wer ist hier eigentlich schuld? Hat der Fahrer, hat die Fahrerin einen Fehler gemacht oder hat ihn das Tesla-System im Stich gelassen? In den USA, da sind die ersten Klagen wegen Unfällen, an denen Teslas Systeme schuld sein sollen, eingereicht worden. Der erste verhandelte Fall, da ging es um abruptes Bremsen, der ging jetzt für die Klägerin verloren. Aber besonders prominent wird aktuell unter anderem ein Fall aus 2019 diskutiert. Der soll kommendes Jahr übrigens vor Gericht gehen. Da muss sich ein 27-jähriger Fahrer wegen Totschlag verantworten. Der ist in einem Tesla gefahren, Model S, und ist am 29. Dezember 2019 in einem Vorort von Los Angeles in einen Honda gerast. Die beiden Honda-Insassen, die waren sofort tot. Die wollten eigentlich an der grünen Ampel abbiegen. Aber der Tesla, der raste mit 119 Stundenkilometern über die Kreuzung und prallte in ihr Fahrzeug rein. Was wir wissen ist, der Tesla, der fuhr mit aktiviertem Autopilot, aber der bremste nicht. Weder an der roten Ampel noch wicherte dem Honda aus oder verringerte die Geschwindigkeit. So steht es in Aufzeichnungen des Los Angeles Police Department und in Gerichtsdokumenten, die dem Handelsblatt vorliegen. Die beiden Autos, die schleuderten meterweit über die Kreuzung eben hier mit tödlichen Folgen. Jetzt habe ich mit Anwalt Donald Slavik gesprochen. Das ist ein bekannter US-Verkehrsrechtler aus Colorado. Der vertritt hier die Hinterbliebenen und die verklagen eben nicht nur den Fahrer des Teslas, sondern auch den Autobauer. Sie sagen, Tesla habe seine Kunden mit übertriebenen Versprechungen zum Autopiloten in die Irre geführt. So argumentiert zumindest der Anwalt Slavik. Der Autopilot, der habe das Fahren eben nicht sicherer gemacht, wie Musk über Jahre hinweg ja versprochen hat, sondern, so sagt Slavik, Zitat, das Fahrzeug tatsächlich in ein anderes Fahrzeug gelenkt. Das ist jetzt die Sicht der Anwälte der Hinterbliebenen. Ja, und du hast ja auch mit der Hinterbliebenen eines der Opfer gesprochen, genauer gesagt mit der ehemaligen Frau. Was hat sie dir erzählt? Ja, das ist Lorena Ochoa, eine der Klägerinnen. Die hat bisher nach eigener Aussage noch nie mit der Presse gesprochen. Das ist die frühere Frau eben des Honda-Fahrers, mit dem sie auch drei Kinder hat. Ich habe mit ihr lange gesprochen und sie kritisiert unter anderem, dass Tesla sich nicht ein einziges Mal bei ihr gemeldet hat nach diesem schlimmen Verlust. Das habe auch kein Wort des Bedauerns gegeben, sagt sie, und keine Informationen darüber, warum jetzt eben der Tesla Model S über die rote Ampel gerast ist und in dem Wagen, in dem ihr früherer Mann saß. Auf dem Handelsblatt gegenüber hat Tesla auf Anfrage keine Fragen zu dem Fall beantwortet. Wir kommen jetzt noch zu einem weiteren Fall. Felix, du hast dich auch mit zwei Schwestern unterhalten, deren Eltern im August 2020 in einem Tesla ums Leben gekommen sind. Die Töchter machen Tesla schwere Vorwürfe. Warum? Ja, die beiden Töchter, das sind die Schwestern Tammy Neuhaus und Becky Edwards. Ich habe mit ihnen gesprochen. Auch sie haben noch nicht mit der Presse gesprochen, sagen sie in der Vergangenheit. Wir haben auch die Unterlagen ausgewertet aus dem Fall. Hier geht es um den Fall vom 12. August 2020. Da sind die Eltern der beiden, nämlich David und Sheila Brown, mit einem Tesla Model 3 ums Leben gekommen. Das Fahrzeug ist mit 183 Stundenkilometern im kalifornischen Saratoga über eine rote Ampel gerast und in einen Toyota gekracht. Vater Brown, der fuhr laut den Unterlagen der Untersuchungsbehörden demnach bei bester Sicht und mäßigem Verkehr. Erst auf der State Route 17 hatte da das Fahrerassistenzsystem von Tesla aktiviert. Um 11.12 Uhr, also acht Minuten vor dem Crash, fuhr er, so heißt es in den Berichten, aus unbekanntem Grund auf den Standstreifen. Im Nachhinein konnte man rekonstruieren. Brown schneidet sich da ab. Der beschäftigt sich vier Minuten und 14 Sekunden mit dem Fahrzeugcomputer, ruft aber auch die Autopilot-Einstellungen auf. Was er da genau macht, wissen wir nicht. Er ist dann wieder auf der Straße und laut den Daten beschleunigt der Tesla dann auf 115 Stundenkilometer. Der automatische Kollisionswarner, der springt zwischenzeitlich an, verringert kurzfristig die Geschwindigkeit und dann schaltet sich der Autopilot angeblich ab. Der Tesla beschleunigt aber weiter. So geht es aus der Untersuchung hervor. Das Gaspedal von dem Auto, das verzeichnet laut den Daten einen Druck von 95 Prozent. Der Wagen, der touchiert das Heck von einem Toyota. Brown fährt dann vom Highway ab, so kann man rekonstruieren, angeblich ohne zu bremsen, rast auf eine Kreuzung zu. Ja, und der Tesla, der kracht dann eben in den Toyota. In dem Fall meldet das Gaspedal, beziehungsweise das System, dass das Gaspedal zu 100 Prozent durchgedruckt gewesen sein soll. David Brown, der verstirbt noch am Unfallort. Seine Frau, die kommt dann mit vielen gebrochenen Rippen, einer Hirnblütung ins Krankenhaus. Zwei Tage später ist sie auch tot. Ja, und die Polizei, der kommt der Fall sehr sonderbar vor, die informiert eine andere Behörde, die NTSB in Washington, in der Hauptstadt. Das ist eine Behörde, die Verkehrsunfälle untersucht, bei Flugzeugen, aber auch auf der Straße. Die Aufseher, die schauen sich den Fall genauer an. So geht aus den Berichten hervor, die uns vorliegen. Die schließen Drogen aus, die schließen gesundheitliche Probleme als Unfallursache aus. Kommen aber auch zu keiner anderen Lösung. Allzu heißt es im Bericht, dass der Fahrer wohl das Gas mit dem Bremspedal verwechselt haben muss. Das ist das Ergebnis der offiziellen Untersuchung. Full Stop. Brauns Töchter, die klagen aber eben trotzdem gegen Tesla. Die suchen noch nach Antworten auf offene Fragen. Die verstehen zum Beispiel nicht, warum das Gaspedal angeblich zu 100 Prozent durchgedrückt war, aber in den Daten trotzdem ein kurzer Bremsversuch verzeichnet ist. Sie fragen sich auch, warum fuhr Brown Minuten vor dem Unfall auf den Standstreifen, um dort eben die Einstellungen des Autopiloten aufzurufen. Das Handelspart hat Tesla zu dem Fall ebenfalls befragt. Tesla hat nicht geantwortet. Und das ist eben nur ein Beispiel. Es gibt verschiedene Prozesse, die jetzt anlaufen sollen. Unter anderem im kalifornischen Alameda, in San Francisco und Santa Clara. Und bei allen geht es um den Autopiloten beziehungsweise die Fahrerassistenzsysteme von Tesla. Und was man an der Stelle auch noch erwähnen muss, ihr habt ja Tesla nicht nur zu den beiden Fällen befragt, über die wir gerade gesprochen haben, sondern ihr habt Tesla auch einen umfangreichen Fragenkatalog zugeschickt, und zwar zu den mutmaßlichen Kundenbeschwerden bezüglich des Autopiloten, die ihr in den Tesla-Files gefunden habt. Lars, was kam da als Antwort zurück? Ja, du sagst sehr richtig. Wir haben sehr viel Aufwand betrieben, mehr als 60 Fragen zusammengestellt und auf Deutsch und auf Englisch Tesla gesendet, in der Hoffnung, dass sie vielleicht ein paar Sachen einfach erklären können. Also wie beispielsweise Mitarbeiterdaten intern geschützt werden, was von diesen Daten zu halten ist. Wir haben jeden der Einzelfälle ihm vorgelegt und um Kommentar dazu gebeten. Und Felix hat gerade die Unfallhergänge geschildert, so wie sie sich derzeit aus Dokumenten rekonstruieren lassen. Aber natürlich wollen wir dazu eigentlich auch hören, was Tesla dazu zu sagen hat. Die Antwort fiel dann überraschend übersichtlich aus. Wir haben am Ende zwei DIN A4-Seiten bekommen, in denen ein Firmenjurist behauptet, ein verärgertes Ex-Mitarbeiter habe Daten gestohlen und das Handelsblatt dürfe die nicht haben und sollte die sofort löschen. Und das ist es im Wesentlichen schon. Auf unsere mehr als 60 Fragen, auf die vielen Fälle, auf die Tabellen, auf die Daten, ist Tesla mit keinem Wort eingegangen. Eine Frage, über die wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, die aber für diese gesamte Recherche von Anfang an natürlich entscheidend war, ist die Frage nach der Authentizität der Daten, die euch zugespielt wurden. Wie seid ihr mit diesem Thema umgegangen, Lars? Ja, das ist natürlich für uns zunächst eine Riesenherausforderung gewesen, weil man muss ja überprüfen, ob das stimmig ist, was dort Informanten behaupten oder ob es sozusagen uns da etwas untergeschoben werden soll. Und wir haben das in einem mehrmonatigen und mehrstufigen Verifikationsprozess, den wir auch sehr gründlich dokumentiert haben, Schritt für Schritt versucht zu überprüfen. Das ging los zunächst mit ganz einfachen Stichproben. Also wir haben ja gesagt, dass da irgendwo hunderttausende Mitarbeiterdaten drin waren. Tesla-Mitarbeiter sind sehr diszipliniert, die sind alle im Social Media unterwegs, bei LinkedIn oder die meisten. Und wir haben dort sozusagen fast ausnahmslos die Leute gefunden. Und in LinkedIn ist es ja so, dass man seinen Berufsweg auch beschreibt, also so Karriereschritte, sodass wir halt sehr gut überprüfen konnten, ob denn stimmt dann beispielsweise das Einstiegsdatum, was wir in den Daten finden zu einer Person bei Tesla, mit dem Einstiegsdatum überein, was die Person bei LinkedIn eingestellt hat. So, und dieser erste Schritt, der war schon so, dass wir gesagt haben, oha, das sind auffallen viele Treffer. Also ich rede da jetzt nicht von zehn, sondern dann eher so im Bereich, weiß ich nicht, 50 bis 100. Und dann sind wir natürlich auch auf die Leute zugegangen und haben gesagt, hier, können wir nicht mal reden. Und dann ist es halt so, also beispielsweise so eine Überprüfung von Gehaltsdaten. Ein Kollege im Team hat einen Tesla-Manager ausfindig gemacht, der uns bestätigt hat, dass das also wirklich auf einen Cent sein Gehalt ist, was da drin steht in den Daten. Auch das hat dann natürlich die Glaubwürdigkeit für uns nochmal gehoben. Und ganz ähnlich ist das mit den Tesla-Fahrern. Ich habe das Beispiel von dem Schweizer vorhin kurz angesprochen. Wir haben die Fahrer kontaktiert und wenn man dann in den Daten die Beschwerdeinformationen findet und man findet auch zu den Fahrzeugen immer die Fahrgestellnummer, ein ganz, ganz häufiges Datensatz, immer diese Fahrgestellnummern und der sagt, ja, das ist mein Tesla und damit ist das und das passiert. Und hier sind übrigens die E-Mails, die ich damals zu den und den Zwischenfällen mit Tesla gewechselt habe. Das ergibt dann ein sehr dichtes, sehr stimmiges Bild. Und so haben wir das Stück für Stück durchgeprüft. Und parallel haben wir auch IT-Experten die Daten sich mal ansehen lassen. Wir sind da mit dem Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie ins Gespräch gekommen und die haben sich also auch diesen Komplettdatensatz einmal angeschaut, die Tesla-Files. Und die kommen halt in einem Gutachten zu dem Ergebnis, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass der Datensatz nicht aus den IT-Systemen oder dem Umfeld von Tesla stand. Ja, und während ich das hier so erzähle, wir sind heute hier im Podcast zu dritt. Aber da muss man halt dazu sagen, in dieser mehrmonatigen Recherche war beim Handelsblatt ein Team meiner Größe beteiligt, wie ich es jetzt hier bei der Zeitung auch noch nicht erlebt habe. Also da reden wir von deutlich mehr als zehn Reportern und Korrespondenten. Und da gibt es Kollegen, die haben wochenlang mit großem Fleiß einfach Tesla-Fahrer abtelefoniert und nach deren Erfahrungsberichten gefragt. Und das alles sozusagen, dieser mehrstufige Prozess, gibt uns eine relativ große Sicherheit, dass wir sagen, ja, die Daten scheinen wirklich authentisch zu sein. Ja, und ich denke, man kann davon ausgehen, dass uns dieses Thema auch noch in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigen wird. Lars und Felix, ich danke euch recht herzlich für das Gespräch und dass ihr uns diesen kleinen Ausschnitt aus dieser wirklich aufwendigen Recherche präsentiert habt. Danke dir. Sehr gerne. Und mehr zu den Tesla-Files können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in der aktuellen Wochenendausgabe des Handelsblatts nachlesen. Die Links zu den bisher erschienenen Stories finden Sie in den Shownotes. Außerdem blicken wir gleich noch in einer Sonderfolge hinter die Kulissen dieser monatelangen Recherche. Bleiben Sie einfach bis zum Schluss dran. Die Folge startet automatisch. Und das war die erste Spezialausgabe von Handelsblatt Today zu den Tesla-Files. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Ich danke dem Handelsblatt Investigativ-Team für seine Zeit und ich danke Florian Högerle für die Produktion dieser Folge. Wenn Sie Feedback dazu haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Das war es an dieser Stelle von uns. Alles Gute und bis bald.